Lieber Rolf, lieber Lukas, vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Challenge, die ihr euch überlegt habt in schwierigen Zeiten des SV Meppens. Und wir hoffen, dass natürlich eurem Aufruf ganz viele emzländische Unternehmen folgen, dass wir hier was richtig Geiles zustande bekommen haben und dass wir das, was wir uns vorstellen, den Klassenerhalt schaffen werden. Moin zusammen, wir von der Firma Augustin haben uns hier überlegt, eine Challenge zu machen. Wir sind alle regionale Partner und Partner des SV Meppen und auch in schwierigen Zeiten muss man einen Verein unterstützen und deswegen wollen wir die Challenge-Flagge zeigen, für den SVM hiermit eröffnen und wir nominieren gleichzeitig ELA-Container, das FITUS-Werk und grüne Haustechnik. Jubelt genauso, wie wir das können. Applaus